Der Ergotalk plus Schraubendreher und Bitsatz hier umfasst alle gängigen Größen und im Detail schauen wir uns den Satz jetzt mal an. Geliefert wird der Satz im stabilen Kunststoffkoffer und im Einzelnen sind folgende Werkzeuge enthalten. Hier im rechten Bereich befinden sich die Kreuzschlitzschraubendreher einmal als Philips Variante von PH0 bis PH3 und zusätzlich ist noch die kurze PH2 Variante enthalten und gegenüberliegend dann die PZ Variante von PZ0 bis PZ3. Des Weiteren in der oberen Hälfte ist ein Schnellwechsel-Bithalter mit Magnet. Auf der gegenüberliegenden Seite dann die Schlitzschraubendreher angefangen von 3 x 75 mm bis hoch dann 10 x 200 mm. Zudem dann noch eine kurze Variante eines 6 mm Schlitzschraubendreher und ganz klar sind ja auch Bits enthalten dann der Schraubendreher mit Magnet und Schnellwechsel-Bitaufnahme. Die Bits die im Satz enthalten sind sind einmal Imbus, dann Torx und dann noch einen Satz Sicherungstorx. Alle Schraubendreher im Satz haben einen Zwei-Komponenten-Griff. Dieser minimiert ein Abrutschen, erhöht dadurch den Griff am Schraubendreher-Griff. Dann sind die Schraubendreher-Griffe am Ende gekennzeichnet. Je nachdem welches Profil ich vorne habe als Schlitzschraubendreher, als Philips bzw. als PZ-Drive. Die Klingen sind gehärtet, im vorderen Bereich brüniert. Das garantiert eine lange Lebensdauer. Das ist nicht möglich. x弟-Regards-Wacher-Bitaufnahme Vielen Dank.